Wir stellen Ihnen ja regelmäßig die Konjunkturdaten anhand des WIFO-Konjunkturbarometers vor. Und wir haben dieses Mal auch die ersten Zahlen nach dem leichten Lockdown für Sie mit. Und da ist natürlich die erfreuliche Nachricht, dass sich die Wirtschaft leicht erholt. Wir haben ja eine Situation gehabt, dass Anfang des Jahres bis in den Februar hinein wir um circa 13 Prozent unter dem Vorjahresniveau waren. Und es hat sich natürlich erwarten lassen, dass durch die leichten Öffnungen, vor allem in den Bereichen Einzelhandel und Körperneidienstleistungen, dass sich hier eine Veränderung ergibt. Und wir sehen hier, dass wir doch um einiges besser als vor dem Lockdown liegen. Noch immer sehr, sehr weit unter dem Vorjahresschnitt, das ist völlig klar, aber doch wesentlich besser. Im Detail sieht man auch, dass es vor allem der private Konsum ist, der etwas angesprungen ist, dadurch, dass die Menschen wieder ein wenig mehr konsumieren können. Die WIFO-Daten sind konservativ und das ist gut so. Es gibt andere Institute, die sind etwas optimistischer. Die Nationalbank beispielsweise hat in ihrem wöchentlichen Konjunkturindikator die Wirtschaftsleistung bei nur noch, unter Anführungszeichen, 5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Aber wir halten uns natürlich an die Daten des WIFO. Die Kreditkartenumsätze sind gestiegen. Wir sehen das hier im Vergleich, der private Konsum und der Einzelhandel, wie sich die eben parallel auch entwickeln. Wir haben im Einzelhandel um knapp 6 Prozent eine bessere Situation gegenüber den Lockdown-Phasen und insgesamt im privaten Konsum der Rest um ca. 4,5 Prozent gestiegen. Wir sehen also, dass die Lockerungen auch ökonomische Effekte haben, dass die Wirtschaft sich leicht erholt. Aber die Voraussetzung dafür, dass wir das weiter tun können, ist natürlich, dass sich die Infektionszahlen entsprechend entwickeln müssen. Und das ist immer die Grundvoraussetzung, dass wir nicht in eine Situation hineinlaufen, wo wir die Pandemie wieder außer Kontrolle gleiten lassen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ein weiterer Punkt, den ich Ihnen noch darlegen darf, sind die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, um die Unternehmen zu unterstützen, um Arbeitsplätze in Österreich zu sichern. Wir haben ja die neuesten Wirtschaftshilfen letzte Woche präsentiert. Der Ausfallsbonus ist ja mittlerweile über 16.000 Mal beantragt worden. Das ist ein Volumen von über 80 Millionen Euro, das beantragt worden ist. Und wir werden es schaffen, bereits Ende dieser Woche das erste Geld auf die Konten der Unternehmerinnen und Unternehmer zu überweisen. Das heißt, circa zehn Tage nach Beantragung bei den Fällen, wo der Algorithmus auch grünes Licht gegeben hat, wo die Kontrollen passen, werden etwa zehn Tage nach der Beantragung das erste Geld am Konto haben, sprich Ende dieser Woche. Darüber hinaus gibt es ja nicht nur die Direktzuschüsse an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Not sind, sondern wir haben natürlich auch einen erhöhten Liquiditätsbedarf festgestellt, den wir durch verschiedene Maßnahmen seit Beginn der Krise versucht haben zu decken. Einerseits durch die Garantien, die es für Kredite gibt seitens des Staates, andererseits aber auch durch die Maßnahmen der Steuerstundungen, die sehr schnell und sehr effizient möglich sind. Das hilft vor allem den mittleren und kleineren Unternehmen. Circa 77 Prozent der Stundungen beziehungsweise Herabsetzungen sind von kleineren Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 700.000 Euro gestellt worden. Das heißt, da sieht man, dass auch diese Maßnahme vor allem den kleineren hilft. Insgesamt gab es bis dato über 900.000 Anträge bei der Finanzverwaltung auf Steuerstundungen beziehungsweise Vorauszahlungsherabsetzungen. Und das Schöne ist, und da möchte ich mich nochmals bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung bedanken, dass 99 Prozent dieser Anträge noch am selben Tag bearbeitet wurden. Das heißt, von diesen fast einer Million Anträge sind wir bei einer sehr, sehr hohen und sehr, sehr raschen Abarbeitung. Die Krise ist noch nicht vorbei. Das ist leider Gottes ein Faktum. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden in der Bundesregierung, diese Liquiditätsmaßnahme für die Unternehmen auch weiter aufrecht zu erhalten und die Steuer- und Abgabenstundungen bis 30. Juni zu verlängern. Sie wissen, wir haben im Dezember die Stundungen verlängert bis Ende des ersten Quartals und wir haben aufgrund der Situation mit der Pandemie durch die Mutationen und die weiteren notwendigen Schließungen gesagt, dass wir diese Stundungen auch verlängern wollen, ohne dass es Stundungszinsen oder Säumniszuschläge geben wird. Darüber hinaus haben wir bereits ein Ratenzahlungsmodell akkordiert und umgesetzt, dass es für die Phase danach wesentlich leichter machen wird, auch die entstandenen Steuerschulden zurückzuzahlen. Ursprünglich, früher mal gab es ja eine Gesamtdauer von maximal zwölf Monaten, in denen man Zeit hat, diese Ratenzahlungen zurückzuzahlen bei einem Basiszinsatz, bei einem Zinsatz von 4,5 Prozent über dem Basiszinsatz an Verzugszinsen. All das ist geändert worden, wesentlich attraktiver gemacht worden, bis zu 36 Monate und der Basiszinsatz ist überhaupt halbiert worden, was diese Maßnahmen betrifft. Damit hoffen wir natürlich, dass wir es allen Unternehmen möglichst leicht machen, am Ende der Krise die entstandenen Schulden auch zurückzuzahlen.